Hallo, heute sind wir nicht so in der Nähe, wir sind in Nevenhall-Bronn in Abstadt im Hotel Restaurant Ludwig I zu einem 60er Geburtstag eingeladen. Wir dürfen nicht nur Musik machen, wir dürfen auch mitessen an einem dieser wunderschönen geschmückten Tische. Und unser Motto, ein Saddam-Musiker ist auch ein Putan-Musiker, wird wahrscheinlich sehr zum Tragen kommen. Das Paket ist wunderbar, perfekt, wir haben eine ganz tolle Ecke bekommen, also es spricht alles dafür, dass es eine wunderbare Geburtstagsfeier wird. Und da fehlt nur noch eins, eine richtig gute Musik und ihr wisst ganz genau, wer die heute Abend macht, nämlich Yasmin und ich und wir sind top two. Rendite. Moderate bis zum nächsten Mal. like Untertitelung des ZDF, 2020